Auch schön, das ist ein richtiges Möbelstück. Der, den wir Ihnen morgen schenken, ist noch viel, viel schöner. Der ist viel größer, viel moderner und vor allem ein gestochen scharfes Bild hat er. So, wie kommen Sie an diesen Fernseher? Über die NDRMV-App. Einfach runterladen, einmalig registrieren und ganz, ganz wichtig, unbedingt auf Mitmachen klicken. Und morgen zwischen halb sieben und sieben losen wir aus und dann rufen wir vielleicht genau Sie an. Ganz sicher, Sie. So, jetzt, fass an. Was willst du? Na, den nehmen wir jetzt mit nach Hause. Hallo, ich möchte auch noch einen Fernseher haben. Bis morgen. Bis morgen.